Im heutigen Video zeige ich dir, wie du dir ohne großen Aufwand maximal 1 Stunde 50 Euro dazu verdienen kannst, und zwar ohne dafür Geld ausgeben oder auslegen zu müssen. Und zwar benötigen wir dafür heute mal wieder die altbekannte Seite Spartanien, also falls du da noch keinen Account haben solltest, registriere dich gerne über den Link aus der Videobeschreibung. Ich würde sagen, wir legen aber auch direkt mal los. Und zwar soll es hier heute um diesen Deutsche Bank Max Blue Deal gehen. Ich kann dazu auch gerne nochmal einen Direktlink mit in die Beschreibung packen. Und damit wollen wir nun 50 Euro verdienen. Und zwar müssen wir hier dafür ein sogenanntes Depot bei dieser Deutschen Bank eröffnen. Und falls du jetzt nicht wissen solltest, was ein Depot ist, das ist quasi ein Ort, an dem du Aktien kaufen und in gewisser Weise auch aufbewahren kannst. Das kann uns aber auch ehrlich gesagt relativ egal sein, denn wir sind hier ja vor allem auf diese 50 Euro aus. Und um diese nun zu erhalten, musst du hier wie gesagt nichts weiter tun, als ein Depot zu eröffnen, was anscheinend auch wirklich völlig kostenlos ist. Und du darfst hier natürlich in den letzten zwölf Monaten noch kein Kunde bei der Deutschen Bank gewesen sein. Ansonsten gibt es hier ehrlich gesagt auch nichts weiter zu tun. Nur für diese reine und kostenlose Eröffnung bekommen wir dann 50 Euro auf unser Spartanien Premium Konto. Zwei Sachen musst du aber trotzdem noch unbedingt beachten. Und zwar musst du, damit das Ganze auch reibungslos funktioniert, sowohl hier auf der Spartanien Seite, als auch auf der Deutschen Bank Seite, welche wir übrigens erreichen, indem wir hier auf Teilnehmen und Prämie sichern klicken, unbedingt alle Cookies akzeptieren. Des Weiteren darfst du hier auch auf gar keinen Fall einen Adblocker nutzen. Also falls du einen haben solltest, schalte den unbedingt für den gesamten Prozess aus oder nutze einfach direkt einen zweiten Browser, welchen du extra nur für diese Deals verwendest. Und warum spreche ich hier gerade eigentlich von diese Deals? Es gibt natürlich noch mehr davon und falls du dir die ebenfalls anschauen möchtest, findest du eine komplette Playlist dazu unten in der Videobeschreibung. Nun musst du ja aber wie gesagt erstmal dein Depot eröffnen. Das dauert halt seine Zeit. Du musst da deine ganzen persönlichen Daten dalassen. Sehr, sehr, sehr wahrscheinlich auch 18 Jahre alt sein. Und dann auch noch irgendwie deine Identität verifizieren. Und wenn das Ganze dann erledigt ist, bekommst du aber auch noch Post nach Hause. Und auf diesen Punkt möchte ich hier unbedingt auch nochmal eingehen, denn ansonsten laufen diese Deals immer sehr, sehr schnell und reibungslos. In diesem Fall habe ich mir hier aber mal die Bewertungen durchgelesen und dadurch erfahren, dass es hier wirklich ein paar Tage bis hin zu ein paar Wochen dauern kann, bis auch die komplette Post bei euch angekommen ist. Da stehen dann zum Beispiel Codes drin, die ihr eingeben müsst, um hier eure Depoteröffnung abzuschließen. Und erst dann könnt ihr natürlich auch eure Prämie erhalten. In diesem Fall also ein bisschen mehr Zeit einplanen. Reine Arbeitszeit bzw. reiner Aufwand sind wie gesagt maximal 60 Minuten. Aber dann müsst ihr halt noch etwas warten, bis das Ganze auch abgeschlossen ist. Und wenn ihr dann durch seid, findet ihr übrigens eure Prämie hier im Dashboard und dann wahrscheinlich erstmal hier beim vorgemerkten Guthaben, bis das auch alles wirklich abgeschlossen ist. Und wenn es dann durch ist, findet ihr es hier beim bestätigten Guthaben und könnt eure Prämie dann auch einlösen. Zur Auswahl stehen einem da verschiedene Gutscheine. Die meisten werden sehr wahrscheinlich Amazon nutzen. Es gibt aber auch noch weitere Anbieter, wie zum Beispiel Otto, Saturn oder Media Markt. Sollte übrigens irgendetwas schieflaufen und deine Prämie taucht noch nicht mal hier beim vorgemerkten Guthaben auf, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass du dich nicht an die Cookie- und die Adblocker-Sache gehalten hast. Aber auch dann hast du noch eine Möglichkeit, eventuell trotzdem an dein Geld zu kommen. Und zwar hier über so eine Nachbuchungsanfrage. Da musst du dann nochmal ein paar Daten dalassen. Das dauert dann aber wirklich ein bis zwei Monate. Und wie gesagt, in dem Fall ist es auch nicht garantiert, dass du das Geld noch bekommst, auch wenn es bei mir bisher dann doch immer noch geklappt hat. An der Stelle soll es das nun aber auch erstmal zum heutigen Deal gewesen sein. Sollten noch irgendwelche Fragen bestehen, denn immer gerne rein damit unten in die Kommentare. Und auch in diesem Deal-Video gibt es mal wieder 10 Euro für einen von euch zu gewinnen. Und zwar musst du dafür, um hier teilzunehmen, nichts weiter tun, als Abonnent dieses Kanals zu sein und unten einen Kommentar dazulassen. Und dann hast du auch bereits eine Chance, einen 10 Euro Amazon-Gutschein zu gewinnen. Ich würde sagen, damit bin ich nun aber auch raus. Wie gesagt, noch mehr Deals findet ihr in der Playlist aus der Videobeschreibung. Und wir sehen uns dann wohl wieder beim nächsten Video.